hallo und herzlich willkommen zu dem ersten gewinnspiel aus dem monat februar ja da wird es heute auf jeden fall mal wieder ein bisschen comictastisch und fangen wir doch mal an drei sachen gibt es zu gewinnen da gibt es erst einmal ein gratis comic ja ich habe dafür ja sozusagen nichts bezahlt ein gratis comic von marvel neustart die echten helden sind zurück drei gratis previews perfekt für neuansteiger spiderman avengers und deadpool weil genau weil da gab es mal neustart ich kann es aber auch nicht sagen von wann das ist weil da gab es mal neustart von den drei serien oder comic ein und die findet ihr hier und ich glaube es ist halt dann einfach ja ich glaube es ist jetzt dann einfach ein bisschen zusammengefasst hier genau das ist nur ein teil von den comics die halt dann wirklich hier drin dann weiter geschehen zum beispiel hier bei den avengers da steht lest weiter in avengers 1 und ja das gebe ich euch jetzt einfach mal mit dazu vielleicht gefällt euch ja so die comics und kauft euch die dann vielleicht noch im nachhinein vielleicht ist ja auch da rausnehmer und der comics sammelt das gibt es dann gibt es einen pin und zwar von den avengers sieht auf jeden fall sehr cool aus der pin und ja ich habe ja immer schon mal gesagt ich bräuchte eigentlich so eine pin wand wo ich halt dann die pins ran stecken kann aber ich habe halt einfach keinen platz und gut okay ich könnte es mir auch immer so ranhängen aber ne und dann gibt es noch ein 3d puzzle eraser von avengers und zwar als captain america man kann da so das abmachen von der figur man kann ihn aber auch einfach nur so hinstellen also es ist euch überlassen was ihr damit macht aber ja genau also das und diese zwei sachen gibt es zu gewinnen was müsst ihr dafür tun ihr müsst erstens abonnent sein zweitens das video liken und drittens kommentieren mit hashtag marvel genau das war es dann auch schon wieder von dem gewinnspiel aus dem monat februar und wir sehen uns dann beim nächsten video wieder bis dahin sage ich bleibt dran bis dann euer steffo ciao 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 und